Wie hoch meine Rente sein wird, das können Sie mir nun nicht sagen. Naja, wir haben noch 30 Büchsen Mühen und da könnte man doch... Na, lassen Sie das doch mal. Na, 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 nicht gleich so böse. Ich mag das nicht, das habe ich Ihnen schon ein paar Mal gesagt. Man kann doch mal ein bisschen nett zueinander sein. Doch nicht weniger als 600. Ich fürchte ja, Fräulein Färber. Wollen wir uns einen Imbisswagen kaufen? Ist das dein Ernst? Mhm. Mensch, Mutter, ein Imbisswagen. So dumm ist die Idee gar nicht. Lieber Freund, wir sind da nie von gestern. 2000, keinen Pfennig mehr. 2000? Der macht mich ganz schön fertig. Kann denn eure Klinik, meine Margot, kann denn die nicht mal mit einspringen? Ja doch prima. Die alle drei zusammen am Wagen. Drei Damen vom Grill, könnte man sagen. Dreiledige Fräulein namens Färber. Da muss ich die Tradition ja wohl fortsetzen, ne? Du musst aber nicht unbedingt. Seh mal, jetzt ist schon 10 Uhr und ich bin auch sehr, sehr munter. Aua! Siehste, du wirst doch noch mal die Pfoten verbrennen. Immer mit deinen vielen Weibern. Himmel und Herrgott, diese Männer. War du eingeschlossen, Otto? Was habe ich für ein Glück, dass ich ein lediges Fräulein bin? Was? costa für eine Pfine. Alle. Was. 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 Was.